Hallo ihr Lieben, und heute ist es wieder soweit. Wir öffnen wieder ein Türchen für euch. Und heute habe ich auch wieder was ganz Besonderes. Ich habe mir gedacht, ich schenke dir ein Personal Coaching mit mir. Das heißt, wir kochen gemeinsam online vis-a-vis. Du bekommst für mich eine Einkaufsliste, was du bitte organisieren möchtest. Und dann kochen wir zusammen ein Gericht. Das stimmen wir uns noch ab, ganz einfach. Aber das möchte ich heute hier schenken. Ihr Lieben, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.